Herzlich willkommen beim Cast Livestream. Heute mit mir Hussein Kartal und der Traversenaufhängung LT1X. Ich werde immer wieder auf Messen gefragt. Hussein, was ist denn das Besondere an eurer Traversenaufhängung? Ich meine, Traversenaufhängungen gibt es sehr viele auf dem Markt. Da denke ich mir immer, okay, wo soll ich denn anfangen? Fangen wir mal ganz, ganz easy an. Silber, klar, im Stil der Traverse auf Messen macht Sinn, damit es einfach einheitlich aussieht. Oder auch in Schwarz, vor allem in Theater und Studios wird es gerne in Schwarz genutzt, weil ich meine, das Licht muss ja nicht unbedingt reflektieren. So, hier natürlich eine Matte, dezent Grau, nicht so reflektierend Pink, Orange, Rot, das mögen unsere Kunden nicht so. Und die ist natürlich frei drehbar. So, ich zeig euch das mal. Das ist ein ganz schöner, ein großer Vorteil für unsere Kunden, weil da verkantet sich nichts. Jeder kennt das, man schlägt da irgendwie ein Seil an oder hat einen direkten Kettenhaken vom Kettenzug dran und ab einer gewissen Höhe fängt es dann an, irgendwie sich zu verkanten, wenn hier die Ringöse festsitzt. Das ist bei unserem nicht so. Der stellt sich dann in Kraftrichtung ein. Genau, ja, dann können wir eigentlich direkt übergehen auf die unterschiedlichen Achsmaße. Da würde ich einmal unsere Regie bitten. Genau, vielen Dank. So, da sieht man ganz schön, wir können vier unterschiedliche Traversen-Systeme, also nicht Systeme, vier unterschiedliche Achsmaße damit abdecken. Darunter fallen dann 207mm, 239 bis 240, 299, 339 bis 350. Das heißt, wir haben eine riesen Range, mit denen wir die Traversen, mit denen wir Traversen abdecken können mit der LT1X. Und ja, wie man hier schön sehen kann, diese WLL-Angabe, 1500 Kilo, die ist natürlich heiß begehrt, weil auf der Messe weiß man ja, da muss, da darf kein Anschlagmittel irgendwie genutzt werden, wo keine Tragfähigkeit drauf ist. Auf unserer LT1X ist sie drauf. So, dann kann die Regie einmal zurück, bitte, damit die Kunden auch mich sehen können. So, vielen Dank. Ja, was sind denn so die Vorteile? Wie ich gerade schon erwähnt habe, hier die freidrehbare Ringöse, das coole an der Sache ist, die hat hier so eine ovale Öffnung. Das heißt, viele kennen das, man muss da immer erstmal mit einem Schäkel und dann erstmal mit dem Schäkel in die Öse und dann mit dem Kettenhaken. Hier ist es nicht der Fall, das heißt, ich kann jedenfalls direkt mit meinem Kettenhaken an die Ringöse dran und kann so meine Traverse abhängen. Genau, dann gehen wir mal über auf die unterschiedlichen Montagepositionen, dann kann ich euch mal was dazu erzählen, weil wir haben hier die Möglichkeit, auf Bild 1 ganz normal, man schlägt die Traverse an, von oben nach unten, ganz easy, Traversenstellen schauen nach oben, die Ringöse nach oben, die Traversenstellen schauen nach unten, die Ringöse nach oben. Genau, und auf Bild 1 kann man schön erkennen, dass man hier tatsächlich auch die Möglichkeit hat, die Bauhöhe zu minimieren, indem man einfach in der Traverse anschlägt. Das heißt, das coole an der Geschichte ist, man kann natürlich die Traversenstellen versetzen, das heißt, nicht nur für die unterschiedlichen Achsmaße, sondern auch für die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten. Das heißt, ich schlage die Traversenstellen oben an und kann dann, wie auf Bild 2 zu sehen, die Bauhöhe minimieren. Auf Bild 3 und 4 geht das natürlich genauso, das heißt, ich habe hier nicht nur eine Traversenaufhängung, sondern kann natürlich auch an Traverse etwas abhängen. Bei 3 ganz einfach, bei 4 natürlich nochmal, wenn man ganz dicht an der Traverse anschlagen möchte, kann man das so machen. Und in dem mittleren Bild, das ist das coole auch an der LT1X, man hat die Möglichkeit, es auch diagonal anzuschlagen. Das gibt uns die Möglichkeit, jeder kennt das, Bracing-Verlauf stört gerne immer wieder mal. Hier ist das nicht der Fall, wir können ganz einfach an unserem Bracing-Verlauf vorbeigehen, anschlagen und ganz wichtig, in jeder Einbaulage gilt die 750 Kilo bei Lasten über Person, das heißt, WLL in der Industrie 750 Kilo, falls Personen sich darunter auf befinden. Genau. So, dann bitte einmal nochmal zurück zu mir, die Regie. Ja, was haben wir noch zu erzählen? Seriennummer, die LT1X hat Seriennummern direkt drauf gelasert. Das gibt uns natürlich die Sicherheit und die Möglichkeit, das rückzuverfolgen. Falls es da mal Probleme geben sollte, können wir auf den Tag genau wissen, wer, wann, wo bei uns hier im Hause das gefertigt hat. Und für euch ist es natürlich auch eine coole Sache, für eure Inventarisierung, wenn ihr sagt, ich möchte gerne meine Anschlagmittel, was heißt gerne, ist natürlich Pflicht, Anschlagmittel jährlich zu prüfen, könnt ihr ganz einfach in euer Inventar aufnehmen und es dann prüfen. Wie ihr sehen könnt, das ist relativ massiv. Wir haben hier einen massiven Alu-Block, wir haben hier hochfeste Schellen, eine hochfeste Ringöse, täglicher Gebrauch, jeder kennt das, fällt mal runter, kein Problem, das kann die LT1X ab, hat dann einen kleinen Kratzer oder so, aber dann geht es weiter. So, the show must go on, nicht vergessen. Genau, ich glaube, das wäre es dann schon auch im Großen und Ganzen. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar da lässt, beziehungsweise falls ihr Ideen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen, welches Produkt als nächstes gezeigt werden soll. Von daher, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Hussein.